Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Aktuell ist der Kryptomarkt erneut mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Trotz starker Unsicherheit zeigt ein neuer Insiderbericht auf, wie es um die Zukunft von Kryptowährungen steht und worauf Anleger jetzt besonders achten müssen. Nach einem schockierenden Wochenende startet der Kryptomarkt in eine neue Woche. Viele Anleger stellen sich in diesem Zusammenhang nun die Frage, wie es mit digitalen Vermögenswerten weitergehen könnte. Gibt es Grund zur Hoffnung oder sollte man sich jetzt schon auf den nächsten Crash einstellen? Auch heute möchten wir dich um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Beantworte dazu folgende Frage. Welcher war euer bisher bester Krypto-Trade? Teilt eure Erfahrungen mit der Community und tauscht euch mit gleichgesinnten Krypto-Fans aus. Bevor wir uns nun mit der Zukunft von Kryptowährungen sowie einem jüngsten Insider-Krypto-Report beschäftigen, machen wir uns eine Übersicht über die aktuelle Marktlage. Aktuell benötigt man als Krypto-Anleger wieder einmal starke Nerven. Beinahe aus dem Nichts fiel der Kurs des beliebten Krypto-Projekts Terra mit seinem nativen Token Luna innerhalb weniger Tage um beinahe 100%. Grund hierfür war unter anderem die plötzliche Entkopplung des algorithmischen Stablecoins UST, welcher auf dem Terra-Ökosystem aufbaut. Im Allgemeinen sind sogenannte Stablecoins eine Verbindung zwischen den besten Eigenschaften von Kryptowährungen wie auch traditionellen Fiat-Währungen und sind oftmals an die Währungen gewisser Länder gekoppelt. Im Fall von UST handelt es sich um einen an den US-Dollar gebundenen Stablecoin, welcher grundsätzlich eine 1-zu-1-Bindung an den Dollar vorweisen sollte. Nach einigen unglücklichen preislichen Entwicklungen kam es nun dazu, dass der Wert des besagten UST-Stablecoins deutlich sank und somit seine Kopplung an den US-Dollar verlor. Trotz intensiver Versuche, sowohl von Seiten des Projekts wie auch seiner Geldgeber, konnte der Fall des Tokens bedauerlicherweise nicht gestoppt werden. Ein Blick auf die Krypto-Charts zeigt uns, dass sowohl das Projekt Luna wie auch der Stablecoin UST innerhalb kürzester Zeit den Großteil ihres Werts verloren haben. Während Luna erst kürzlich ein neues Allzeithoch von beinahe 120 US-Dollar erwirtschaften konnte, handelt das Projekt aktuell bei unter einem US-Dollar-Cent. Auch der Stablecoin UST, der eigentlich den Wert von einem Dollar haben sollte, handelt aktuell bei etwa 8 US-Dollar-Cent und das bei einem notwendigen Wert von einem Dollar, also 100 US-Dollar-Cent. Obwohl die momentane wirtschaftliche Lage kaum etwas anderes erwarten lässt, handelt auch Bitcoin deutlich unter seinem historischen Allzeithoch. Zum Zeitpunkt unserer Recherche scheint die jüngste Korrektur der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung am wichtigen 30.000 US-Dollar-Niveau zum Stillstand gekommen zu sein. Jenes Preisniveau wurde zum letzten Mal im Sommer 2021 erreicht und lässt einige Fragen offen. Wie es nun mit Kryptowährungen weitergehen kann, thematisiert ein jüngster Kryptobericht des Unternehmens Bitstamp. Allem voran, worum handelt es sich bei Bitstamp? Bitstamp ist laut eigener Webseite die ursprüngliche globale Kryptobörse. Das Unternehmen wirbt hierbei damit, eine sichere wie auch zuverlässige Plattform bieten zu können, auf der jeder traditionelle Währungen gegen eine Reihe der weltweit führenden Kryptowährungen tauschen kann. Seit dem Start der Börse im Jahr 2011 konnte das Unternehmen bereits das Vertrauen von über 4 Millionen Privatpersonen und Finanzinstituten gewinnen, welche einen zuverlässigen Handelsplatz suchen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, einer der ersten Börsen gewesen zu sein, welche zum Handeln Kundendaten verlangt haben, ist Bitstamp zu einem auch unter Institutionen sehr beliebten Unternehmen herangewachsen. Der neueste Bericht des Unternehmens unterstreicht nun die unglaubliche kompetitive Natur von Bitstamp und deckt einige durchaus interessante Sichtweisen und Informationen auf. Der neueste Report mit dem Namen Bitstamp CryptoPulse beginnt allem voran mit einer Nachricht des CEO des Unternehmens, Julian Sawyer. In den Augen des Geschäftsmanns hat die Kryptosphäre eine Identitätskrise, welche nur durch eine Unterscheidung der einzelnen Teilbereiche der Branche gelöst werden könne. Hierbei hat jeder Teilbereich, wie die dezentrale Finanzwirtschaft oder der Handel mit NFTs, seine eigenen Marktregeln wie auch Chancen und Risiken. Solange die Kryptoindustrie diese Begriffe alle unter dem Deckmantel Kryptowährungen vermischt, sieht Julian Sawyer hierbei ein ernstzunehmendes Problem. Eine Lösung des Problems sieht der CEO hierbei in der Schaffung von sogenannten Rating-Agenturen, welche die Zuverlässigkeit und den Zustand des jeweiligen Projekts bewerten und veröffentlichen. Als nächstes zeigen die Autoren des Berichts auf, dass Daten von über 28.000 Privat- wie auch Geschäftskunden genutzt wurden, um zu den Ergebnissen des Berichts zu gelangen. Ziel dieser Umfrage ist es jedenfalls, festzustellen, wie groß das Vertrauen von Investoren in Kryptowährungen im Jahr 2022 ist. Denn eines ist klar, der Weg zu wahrlicher Mainstream-Adaption von Kryptotechnologie geht Hand in Hand mit dem Vertrauen in die Technik. So, nach dieser kurzen Übersicht beschreibt der Bericht weiters, wer genau an den Umfragen teilgenommen hat. Also, wer sind die Befragten? Laut den Autoren hat sich Bitstamp hierbei exklusiv auf Leute fokussiert, die bereits im Vorfeld über Kryptowährungen und dessen Funktionsweise Bescheid wussten. Des Weiteren wurden auch Mitarbeiter institutioneller Investoren befragt, welche direkt an den Kryptoentscheidungen des jeweiligen Unternehmens beteiligt sind. Durch diese Entscheidung wollte Bitstamp einem gewissen Bias entgegenwirken, welcher durch Erstinvestoren ohne Vorwissen entstehen könnte. Bezüglich der Geschlechteraufteilung zeigt sich, dass das Geschlecht der Privatpersonen etwa 50-50 verteilt ist, während sich in den Reihen der institutionellen Investoren mit etwa 60% zu 40% mehr Männer finden. Das Alter der Befragten betreffend weisen beide Personengruppen ein Durchschnittsalter Mitte 30 auf. Eine besondere Tatsache ist nun, dass etwa die Hälfte der Befragten institutionellen Investoren aus den Reihen des Top-Managements sind. Nachdem wir nun wissen, wer genau im Rahmen dieses Reports befragt wurde und worum es geht, stellt sich die Frage, wie die Befragten nun zum Thema Kryptowährungen eingestellt sind. Erneut teilen die Autoren die Antworten in die Bereiche Privatkunden und Geschäftskunden auf. Das Ergebnis der Befragung zeigt nun auf, dass etwa 82% der Privatkunden und 77,3% der Geschäftskunden davon überzeugt sind, sehr gutes Wissen im Bereich Kryptowährungen zu haben. Des Weiteren haben etwa 66,9% der Privatkunden volles Vertrauen in den Kryptomarkt, während es in den Reihen institutioneller Investoren an die 70,4% sind. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass ein höherer Wissensgrad bezüglich der Funktionsweise von Kryptoanlagen auch zeitgleich zu mehr Vertrauen in die Technik führt. Hierbei scheinen außerdem insbesondere Länder, die nur begrenzten Zugang zum traditionellen Finanzsystem haben, höheres Vertrauen in den Kryptomarkt aufweisen. Diese Tatsache ist dahingehend verständlich, da man in einem westlichen Land sein Geld höchstwahrscheinlich noch immer lieber auf einer Bank hält, statt auf einen alternativen Kryptoservice zu zählen. Umso weniger Zugang Menschen hierbei zu regulierten Konten und Bankprodukten haben, desto größer ist logischerweise auch das Interesse und die Nachfrage nach alternativen Produkten. Es sollte also nicht allzu verwunderlich sein, dass das Land mit dem höchsten Vertrauen in Kryptoprodukten Nigeria ist. Ein Bericht des Unternehmens KuCoin hat hierzu erst kürzlich festgestellt, dass über ein Drittel der nigerianischen Erwachsenen Kryptoinvestoren sind. Am Ende des Spektrums scheint Frankreich dem Bericht zufolge das Land mit dem niedrigsten Vertrauen in Kryptotechnologie zu sein. Der nächste Abschnitt des Berichts beschäftigt sich nun mit dem Wissensstand der Privat- wie auch Geschäftskunden. Hierbei zeigt sich etwas auf. Etwa die Hälfte aller institutionellen Investoren gibt hierbei an, nur geringes Wissen über Kryptowährungen zu besitzen. Einzige Ausnahme sind hierbei die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Großbritannien, was darauf schließen lässt, dass insbesondere an diesen Orten Experten mit großem Fachwissen sitzen. Grundsätzlich ist also zu sagen, dass der Großteil der teilnehmenden institutionellen Investoren verschiedener Länder zwischen gutem und sehr gutem Wissen über Kryptowährungen verfügen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im Bereich der Privatkunden ab. Auch hier geben etwa die Hälfte der Investoren an, lediglich wenig bis kaum Wissen über Kryptowährungen zu haben. Im Bereich der Privatanleger scheinen insbesondere Akteure aus Japan und den USA besonders gut über Kryptowährungen aufgeklärt zu sein, da weniger als 25% der Befragten angaben, nur wenig Wissen über dieses Thema vorweisen zu können. Im Durchschnitt scheinen die meisten befragten Anleger gutes oder sehr gutes Wissen über Kryptowährungen vorweisen zu können. Das nächste Thema, mit dem sich der Bericht nun beschäftigt, ist die Einstellung gegenüber Kryptogesetzen und Regulierungen des Marktes. Der Report unterscheidet hierbei zwischen genereller Kryptoregulierung, Regulierung von Stablecoins und gesetzliche Richtlinien zum Handeln mit NFTs. Was hierbei auf den ersten Blick verblüffend erscheint, ist, dass bereits jetzt etwa 50% sowohl der privaten wie auch institutionellen Investoren davon überzeugt sind, dass Kryptowährungen regulierte Anlagen sind. Verblüffend dahingehend, weil es in den meisten Ländern aktuell noch keine konkreten Kryptoregulierungen gibt. Diese Diskrepanz zeigt potenziell auch auf, dass Wissen über die Existenz und Funktionsweise von Kryptowährungen nicht immer mit Wissen über gesetzliche Bestimmungen einhergeht. Der folgende Teil des Kryptoreports von Bitstamp beschäftigt sich mit der Frage der größten Hürden, um in den Kryptomarkt einsteigen zu können. Die größten Einstiegsbarrieren in den Augen von institutionellen Investoren sind hierbei hohes Risiko und Volatilität wie auch das Fehlen eindeutiger Kryptogesetze. Interessant ist hierbei auch, dass befragte Teilnehmer aus Frankreich sich hierbei auch dafür aussprechen, dass Kryptowährungen einfach noch zu jung als Anlage sind, um hierbei zum Einsatz zu kommen. In den Reihen privater Investoren ist vor allem die Frage, wo und wie man mit Kryptotrading anfangen soll, eine der größten Hürden des Marktes. Des Weiteren nennen Privatanleger auch ein hohes Marktrisiko wie auch eine enorme Auswahl an Handelsplattformen als relevante Einstiegsbarriere. Der nächste Punkt des Bitstamp Reports beschäftigt sich nun mit der Frage, wie Investoren Kryptowährungen genau nutzen und mit ihnen umgehen sollen. Als erstes zeigen die Autoren auf, dass etwa 68% aller institutionellen Investoren Kryptowährungen aktiv an ihre Kunden empfehlen sowie etwa 72% vorhaben, ihre Positionen in Kryptoprojekten in den nächsten Jahren zu vergrößern. Auch in den Reihen privater Anleger scheint der Kryptotrend nach wie vor vorherrschend zu sein. Laut dem Bericht planen hierbei etwa 73,1% aller Privatanleger, ihre Kryptopositionen zukünftig weiter ausbauen zu wollen. Zu den Hauptaktivitäten privater Anleger gehört der Kauf von Kryptowährungen mithilfe anderer Kryptowährungen, der Transfer von Kryptoanlagen zu anderen Individuen, wie auch die Teilnahme an Loyalitätsprogrammen mit Kryptobelohnungen. Bezüglich der Dauer ihrer Kryptoinvestitionen zeigt die Befragung von Bitstamp ebenfalls auf, dass sowohl private wie auch institutionelle Investoren etwa innerhalb der letzten zwei Jahre mit ihrem Kryptoengagement begonnen haben. Auf die Frage, welchen weiteren Aktivitäten Anleger mit ihren Kryptoanlagen nachgehen, antworteten Privatanleger großteils Online-Shopping, Nahrungsmittel kaufen wie auch Spenden. Institutionelle Investoren sind hierbei insbesondere auf den Ausbau ihrer Kryptopositionen fokussiert, wie auch auf die Aneignung von mehr Wissen über den Markt. Abschließend zeigt der Bericht auf, dass der Großteil der Befragten daran glauben, dass Kryptowährungen innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre den Sprung in den Mainstream schaffen werden, wobei etwa 10 bis 15% Kryptowährungen bereits jetzt im Mainstream sehen. Der vorletzte Teil des Bitstamp-Crypto-Reports beschäftigt sich nun mit den geografischen Unterschieden der befragten Teilnehmer. Wie vorhin bereits angesprochen, zeigt sich auch hier ein deutlich höheres Vertrauen von Ländern mit schwächeren nationalen Währungen und Finanzsystemen auf. Während im Bereich Lateinamerika, Afrika und Nahe Osten das durchschnittliche Vertrauen in Kryptowährungen über 75% liegt, sind es in der EU lediglich 56 bis 65%. Ein weiterer wichtiger Faktor ist hierbei auch die grundsätzliche Einstellung der jeweiligen Kulturen gegenüber Risiko sowie die gesetzliche Lage der genannten Regionen. Der letzte Abschnitt des Bitstamp-Reports beschäftigt sich nun mit der Zukunft von Kryptowährungen. Der Meinung der Autoren nach ist mangelndes Wissen über Kryptotechnologie und dessen Nutzen das größte Hindernis wahrlicher Mainstream-Adaption. Bitstamp hat es sich in diesem Zusammenhang zum Ziel gesetzt, die Bildung im Bereich Krypto weiterhin auszubauen und zu fördern. Erreichen will das Unternehmen dieses Ziel durch die Veröffentlichung weiterer Kryptoberichte, der Zusammenarbeit mit Firmen des Finanzsektors wie auch der Bildung einer Gemeinschaft von Kryptounternehmen, um eine globale Kryptoplattform zu schaffen und die Mainstream-Adaption voranzutreiben. Des Weiteren erwähnen die Autoren erneut das System von Kryptorating-Agenturen, welche in Zukunft Projekte unabhängig bewerten und somit mehr Transparenz auf den Markt bringen könnten. Das abschließende Ergebnis des Reports zeigt also eindeutig auf, dass Wissen über Kryptowährungen eindeutig mit dem Vertrauen und der Nutzung von dezentralen Kryptolösungen zusammenhängt. Während insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Ländern Kryptowährungen aufgrund des Fehlens von Alternativen nachgefragt werden, ist es in entwickelten Ländern insbesondere Fachwissen, das Leute auf dem Kryptomarkt treibt und Vertrauen aufbaut. Neben der weiteren Aufklärung über Kryptowährungen und dem Wunsch, sich mehr mit dem Markt auseinanderzusetzen, scheinen Leute aber auch zu einem großen Teil vollkommen unwissend mit Kryptowährungen in Kontakt zu kommen. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung von Kryptowährungen als Belohnung in Spielen oder durch Treueprogramme von Firmen. Letztendlich führt jedoch auch dieser Kontakt mit Kryptowährungen auf Fachwissen zurück, da Spieleentwickler und Geldgeber auch erst aufgeklärt werden müssen, um Kryptolösungen in ihre Produkte einzubauen bzw. darin zu investieren. Auch wenn die Marktlage aktuell also zu wünschen übrig lässt, schreitet die Kryptoadaption trotzdem weiterhin voran. Bleibt deshalb wie immer aufmerksam und reserviert und vergesst nicht, die Zukunft ist Krypto. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest. In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto haben wir euch vom neuesten Krypto-Report der Firma Bitstamp erzählt. Bitstamp hat hierzu insbesondere die Verbindung von Fachwissen und Vertrauen in Kryptowährungen erforscht und versucht, eine Antwort darauf zu geben, was genau private wie auch institutionelle Anleger treibt. Die Autoren kommen hierbei zum Ergebnis, dass insbesondere in reicheren Ländern Fachwissen ein treibender Faktor zu mehr Vertrauen in Kryptolösungen ist. In ärmeren Ländern ist es andererseits insbesondere das Fehlen von Alternativen sowie von Zugang zum traditionellen Finanzsektor. Abschließend gilt zu sagen, dass Weiterbildung nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren zu wahrlicher Mainstream-Adaption ist. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar.